Keine Ahnung, Holger, ob der Schnitt jetzt gepasst hat, aber auf jeden Fall wird es genau auch jetzt dann wieder weitergehen. Keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht, wenn ich es richtig sehe. Oder wenn ich es richtig empfinde. Ich hätte ja dann beim letzten Stats wahrscheinlich das machen sollen. Naja, gut, mal gucken, was der Holger draus macht. Nick-Nacks sind super. Ich glaube, Nick-Nacks, ja, wenn die noch so Spaß haben zum Essen, weil die so zwei Städte sind. Die Nerds sind gar nicht der Ami, die sind ein Nerds. Jetzt habe ich gerade nochmal darüber nachgedacht. 8, 16, 24, 32, die 8. Reihe beherrsche ich. Dann hätte es doch tatsächlich vielleicht, wenn ihr zwei Kunden immer nimmt, dann hätte es passen können. Mal gucken, mal gucken. Ich habe es versucht, Holger, wenn du das hörst. So, wir haben einen Vorschlag von einem Zuschauer. Bra Maroon schreibt, es sollte eine Strafgebühr geben, wenn man den ganzen Abend nicht eine Hand raised. Das gibt es tatsächlich. Da gibt es tatsächlich einen eigenen Playstil dafür. Das Ganze nennt man dann den NIT-Button. Jeder Spieler bekommt einen NIT-Button. Erst wenn ich eine Hand gewonnen habe, dann darf ich diesen NIT-Button abgeben. So, dass dann der letzte übrig geblieben Spieler eine vereinbarte Summe zum Beispiel an die anderen Spieler bezahlen muss. Gibt es tatsächlich, ist natürlich jetzt für unseren Stream, da wir auch so viel Action haben, eigentlich nicht so wichtig. Ist nicht ganz genau das mit dem Raisen, aber ich denke, wenn ich eine Hand gewinnen will, muss ich vielleicht irgendwann auch mal raisen. Ah, ja, die gibt es noch. Ja, die gibt es noch. Ja, die gibt es noch. Oh. Was kommt denn noch? Da geht gar nichts, oder? Hm, gerade eine Riesenparade von mir. Die Kameraperspektive finde ich interessant. Die drei mit ihrem Premiumplatz, die gut Fußball gucken können, in einem Bild zu haben, wie sie angestrengt versuchen, etwas Schlaues zu dem Fußballspiel zu sagen. Das war ja schon seit Corona, oder? Haben sie diese Wechsel? Ja, das war ja schon vorher. Das war vor Corona und dann haben sie es dann komplett durchgezogen. Ah, okay. Ich glaube nicht. Ich bin nur noch spätig. Ich habe das mal ausprobiert bei einer EM oder WM oder so. So. Und irgendwann dann, eben das war kurz vor Corona. Jetzt die Leuchte, die habe ich im Gitter und lege ich das auch nicht. Genau. Ich bin im Flow. Achso. Läuft ganz gut heute eigentlich. Eigentlich so. Fischi. Fischi muss ich dir da verkleiden. Fischi muss ich dir da verkleiden. Ist das in der Liga auch? Oder was kann das sein? Doch! Oh ja! Das war schön. Was? Eigentlich hätte ich die Hand jetzt verloren, ja. Aber bitte mit Sahne. Mhm. Und ich wegschmeißen. Ja. Ach Gott, hat es denn mal irgendwo hingeschafft, dass er nicht? Ja. Oh, ins Falsche. Ja. Nee, nachdem er manchmal festgedribbelt hat. Nee, der war doch bei Schalke. Ja. Und da hat er doch nicht so wirklich was gewissen, ja. Aber in der DFB war er auch eigentlich gut. Okay. Nur Schalke war schlecht. Ja. Also ich muss jetzt sagen. Ja, da hat er wohl am Rande ein bisschen aufbauen. Ja, ja, ja. Schön abgezogen. Ich bleibe mit Michi. Ach, was für ein Geschoss. Mhm. Nicht schlecht. Straddle? Achso. Nee, geht gar nicht. Doch. Oder Flying? Darf ich flying? Nee, das ist dann... Ich kann es nicht eingeben. Achso. Ich kann es nicht eingeben. Aber eine Karte? Ja. 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 Sorry. Da dachte ich wäre ich schon so weit. Entschuldigung, jetzt habe ich dich so aus dem Flow gebracht. Oh no. Oh no no no. Oh, nicht direkt aus Verlegenheit. Sule Manzane. Ja. Den hab ich noch gesehen. Der war noch gut. Sein Papa, ja. Sein Papa. Ja, sein Papa. Ja, der Live gesehen, der Carlos. Echt jetzt? In Freiburg. Mhm. Der kam von... Wattenscheid, gell? Nee, da ist er hinten an. In Freiburg. Na ja. Sule Manzane. Dein Vater. Von hier haben wir Sane. Aber beim FC, oder? Ja, Äste. Vom Äste? Ja, ja. Und davor in Donaueschingen. Ach ja. Was machen die da? Wildklasse-Vereine. Ja. Nur Tod-Vereine. Und wo ist er hingewechselt? Weil er erste Liga spielen wollte? Ja. Aber er wollte noch... Achtung, Achtung. Fizekarte einlesen. Fizekarte einlesen. Fizekarte. Oh ja. Fizekarte? Fizekarte. 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 zu der Hand. Ich war jetzt zwar nicht weg, aber ich war mal mit Volker ein bisschen am labern und ich komme direkt rechtzeitig. Wir haben einen Flop A7, A8, zwei Kreuz und wir haben drei Spieler, Baumeister, Vize und Koni, die jeweils zwei Kreuz auf der Hand haben. Die 7 am Turn ist also keine Kamera, sondern lieber Bildschirm. Blank bringt jetzt keinem was. Elfmeter? Echt? Nee. Ah ja, doch, er trifft ihn. Er trifft ihn sogar zweimal. Also, Bayern glaube ich gerade einen Elfmeter gegen sich bekommt. Eigentlich ist ein Faul. Hier gibt es Elfmeter. Wahrscheinlich wird es gerade nochmal geprüft. Alles im Review? Der Rüdiger sagt ihm jetzt, er sagt es ihm, wo er hinspielen soll. Ja, es spielt ja. Oder gegen Bayern Elfmeter. Rüdiger hat es gesagt, wo er hinspielen soll. Wirkules hat mit 80 immer noch die beste Hand. Bleibt auf dem Gaspedal, Baumeister. Bester Flascho bleibt in der Hand. Zweitlässner Flascho überlegt. Geht ganz tief in der Tank, wie man so sagt. Denkt stark drüber nach. Koni hat zum Flascho noch zusätzlich ein Straight-Raw, ein Gutshot. Beide Folden. Ja, also. Good Folds an der Stelle von beiden. Mal gucken, was uns der River bringt. Und der River bringt tatsächlich jetzt nochmal ein Kreuz. Schade, dass es das erste River ist. Das geht all in. Und Baumeister snappt es weg. Er hat den Nut Flush gemacht. Fold des Jahres. Fold des Jahres. Ich habe den Huben gefoldet. Und Vize springt mit dem Boot. Springt der Vize dem Pokertod nochmal von der Schippe. Aber auch Koni. Wahnsinn. Krasse Hand. Leider weniger Action als man sich das jetzt vielleicht irgendwie gedacht hätte oder denkt, was möglich gewesen wäre, sagen wir es mal so. Und ja, leider ist es so, dass der Irk nachkaufen muss an der Stelle. Und der Baumeister gewinnt einen guten Pott, einen saftigen Pott. 287. Upteins. Sehr schön. Ah, Bayern führt mittlerweile. 3-1. Doppelschlag. Straddle, Doppelstraddle und Dreifachstraddle in der Hand. Straddle, Doppelstraddle und Dreifachstraddle und Dreifachstraddle. Straddle, Doppelstraddle, Doppelstraddle und Dreifachstraddle. Straddle, Doppelstraddle und Dreifachstraddle. Straddle, Doppelstraddle, Doppelstraddle und Dreifachstraddle. Straddle, Doppelstraddle, Doppelstraddle und Dreifachstraddle. Was heißt ungeraced, Jens? Was meinst du damit? War doch geraced, Prefab auf 2.50 vom Hitman. Zweimal, was auf Flasch, über Flasch. Ja, ja. Hat er schon. Habt ihr bei euch bei dir gespielt? Ja, genau. Na halt, böse. Wobei ich hab gegen Carlos auch einmal böse. Sehr böse. Ja, stimmt. Was, was? Astrid gegen Dammel oder was? 10.02? 10.02. Zweimal gewonnen hat. Da haben wir noch zweimal gespielt, der ging zweimal. Der Standard. Ja. Wir haben echt wenig Action. Wir haben jetzt Straddle und Doppelstraddle. Und ja, es wird einfach gefoldet, sodass der Doppelstraddle dann einfach die Hand gewinnt. Alle folden. Alle folden. Na ja, klar. Da hätte man natürlich auch mehr Action. Fischi sagt's auch. Auch live am Tisch fühlt sich das so an, dass jetzt die letzten Hände so ein bisschen hintröpfeln. Macht aber nichts. Der Anfang war ja dafür umso actionreicher. Da ging's ja ordentlich ab. Ähm, die Spieler waren relativ schnell deep. Und ja, klar, dann wird das Pokerspiel etwas geordneter mit der Zeit. Man nimmt sich dann nur noch bessere Hände vielleicht mal vor, um sie dann zu spielen. Bleibt mehr Zeit, um die Hände dann etwas genauer anzugucken. Äh, was der Jens hier anscheinend nicht machte. Braumaroon. Der hat die Action 4 verpasst anscheinend. Ja, also 2.50 war das Race von Hitman. Und es wurde von den beiden anderen gecallt. Um Prüflop. Genau. Da war ich jetzt mal aufmerksam. Nicht wie wenn ich bei dir sitze. So. Was haben wir hier? Auch wieder. Straddle. Birkules straddled. Holger am Button. Eigentlich eine unübliche Position, in der er raised oder eine Hand spielt. Die Handstärke ist allerdings gleich wie die ganze Zeit. Hier 5-3 off. Nimmt er sich vor und raised. Er kriegt von Hitman im Big Blind den Call. Und ähm. Ich glaub es noch nie. Rotes Waldhaus. Kannst du auch noch? Mal gucken. Eine 3-Bett hier an der Stelle. Von Birkules. Hat ein mittleres Ass. Die 3-Bett hier in die Rangie. Und das war ein hoher. Und was wir sehen. Also. Der Polster-Ton ist ein hoher. Der Polster-Ton ist ein hoher. Der Polster-Ton ist ein hoher. Ein hoher. Natürlich 5 Off. Also. Irgendwie. 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 Jetzt wird er glaube ich schon auch in Hände reinkommen. gut ich meine er hat Position, das ist der Birk, der reibettet sowieso auch nicht alles aber selbst gegen alles ist er mit der Ranger eigentlich nicht gut, außer natürlich wenn der 5 kommt im Flop, dann kann man natürlich auch noch mal durchatmen und mal gucken ob er sich traut jetzt das Board anzuspielen, viel warten muss er nicht, weil verbessern wird sich das Board nicht für ihn macht er auch 2,6 Kunis sagt der Calldart, macht er auch, hat er gelesen wie ein Buch und jetzt belohnt erstaunlich was geht draußen? aber ich habe jetzt nicht gelesen mit dem Verlauf oh man ey, das ist so freundlich boah, das ist ein ganzes ey hier, guck mal, was soll ich jetzt hier das ist ja interessant ooooh da trifft sie nicht richtig aber ab und zu selbst Holger oder? du hast gerade 2 die waren von mir ich habe 20 aber der Ball finde ich toll wer war es jetzt? ich habe 20 nicht, ich habe 22 der Ball gefällt dir irgendwie der Ball finde ich ganz gut gemacht, schau mal richtig toll sooo schön bunt mit Sternchen ooooh genau auf meinem der war ja zu Z-Ball Sternchen mhm da oder? so was hier mit Rine mhm das haben sie aber ein bisschen gut da hier also nie das hatten sie aber schon öfter bei der Champions League Herr Chalos so ja danke so jetzt trinke ich erst noch so nächste Hand war gerade wieder der Kuni da mit dem habe ich auch kurz gelabert die Spieler sind interessiert was so geht hinter den Kulissen ooooh ooooh und der Holger hier nochmal spielbarer Hand jetzt will ich passen hat glaube ich gerade nochmal nachgeladen und raced hier raced 1,50 ist natürlich jetzt auch wenn er eine gute Position hat eigentlich zu wenig ne kann er locker auf 1,80 machen ähm wenn es einen Spieler gibt der mit spielen möchte spielt er auch bei 1,80 mit ähm ich glaube er findet aber keinen auch für 1,50 findet er wahrscheinlich kein Spieler denkste 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 baumeister called 10,4 offsuit folge erdrückend vorne insgesamt und 92 prozent jetzt auch am flop vorne und flop geht check interessant weiter haben wir auch einen flush draw mit dem baumeister connected mit der 4 wird jetzt so wie es aussieht mit anspielen und ruhiger ist jetzt gut beraten wenn er da einfach ähm nur called macht er auch so passt gut so passt passt gut so passt mal gucken das spielt er nochmal an und called was vorne nice play nice game gute hand so spielt man und da kommen die nächsten 100 bits für jeden river für jeden river für jeden river gewinnen vom holger nice hand ähm danke danke für die bits der holger machte einfach insgesamt etwas zu zu wenig heute sonst wäre schon lang bei den 1000 angekommen aber auch so ist natürlich richtig geil ne drei oder hast du nicht schon du hast drei schon gemacht steht da oben bei mir bei mir steht drei wir gucken uns mal ganz kurz wenn ich meinen bürzel hier raus mache aus dem bild die durchschnittlichen stats an die es momentan gibt wir sehen dass der durchschnittliche pot deutlich abgenommen hat ja klar die letzten pötter waren nicht mehr so groß vp ist ungefähr gleich geblieben ein bisschen hochgegangen glaube ich insgesamt pfr ist ungefähr gleich wie vorher also der tisch ist weiterhin sehr sehr stark ach der erste war ohne wind okay alles klar also dann auf diese also quasi nur mal zusätzlich zehn stück gut wenn sich der holger ein bisschen anstreben ich hoffe natürlich für den stream dass holger dann dementsprechend noch ein paar hände gewinnt in der hand erstmal nicht hat gefoldet hitman hat erhöht fischi hat eine sehr sehr spielbare hand zehn junge eine farbe zehn junge kreuz baumeister keine so starke hand aufholten hitman wird aufholten kann man jetzt nicht vorstellen dass er die hand ums verregten spielen möchte macht er nicht so wir haben ein heads up zwei spieler schwierig schwierig weiter zu spielen die kings ass hoch flop da bin ich mal gespannt check check geht's und die dame das wird ja den bürg macht das jetzt nichts das jetzt auch mal sicher dass er vorne ist nachdem am flop dann keine action kommt vom fischi und der fischi denkt sie natürlich ja gut ich habe jetzt den open ender geturnt scroll ich doch mal so wir sehen river action die neuen in karo das verändert jetzt erstmal nichts mal gucken ob der fischi jetzt noch irgendein crazy play auspackt fünft fünftfünfzig halber pot stehe ich ja irgendwie stehst du mehr mehr bei mir als dass du spielst ja die letzte zeit geht jetzt weniger hast recht ja die letzte zeit geht jetzt weniger hast recht dann aber auch wieder ein bisschen was abgegeben dann aber auch wieder ein bisschen was abgegeben pocahondas weiterhin eher hüpfer statt sprünge genauso beim holger auch eher hüpfer statt sprünge die geben sich da nicht viel birkules leicht wieder im plus der hat sich jetzt zurückgearbeitet nachdem er minus war ein stack nach dem reload fischi jetzt ein stack im minus aktuell nach der ganz langen durchstrecke hat er jetzt gerade eben den pot verloren gegen birkules hitman zwei stacks im minus und koni bei fünf halb stacks im minus da geht nicht viel da geht nicht wenig ja mal gucken was uns die nächste runde bringt was heißt nächste runde ich meine ich die weiteren hände so meint es natürlich ja der dealer verlässt den platz vielleicht frage ich den dealer einfach mal ob er eine kurze pause braucht da kommt noch ein lüpfchen ein mehr wie fünf ja immer ein bisschen gewalt im rand ah das waren so viele warte legt mich doch nicht ab ne das passt gut so vorsicht der schluchter beim kleckern auch vorsicht einmal wurde schon gekleckert pfff ich würde es dem nicht autofahrer anbieten schluchter schluchter Achtung Achtung Hallo liebes dealer Tentakel brauchst du eine pause dann kann ich mal deal wer ach das war die frage ob der dealer eine pause braucht da ist einmal ne ist gerade ok ja 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 ich habe gerade überlegt immerhin ja ne ist ok wir machen nicht mehr so lang oder aber die karten werden so langsam schrumpft 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 das muss ja nicht abrechen war das bei wem war das ja wohl dein Achtung Achtung ok ist ok ja ok ist ok ist der Vizit eigentlich noch ohne so so nächste Hand neue Hand neues Glück der Moderator ist zurück und in diese Hand haben wir doch echt einige ganz interessante Starthände zunächst wird jetzt hier wahrscheinlich der Holger Verfolger sein Glück versuchen ah es gibt ah es wird angestoßen ah ja es wird angestoßen ah ja da müssen wir doch gleich mal hier äh wo haben wir es denn ähm äh 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 ja 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 also ganz wichtig das ähm Meme darf eigentlich in keinem einzigen von unseren Streams fehlen äh da bin ich tatsächlich ein bisschen schwach auf der Brust selber trinke ich jetzt nicht so viel Vielleicht ändert sich das ja gleich noch, aber aktuell habe ich noch nichts anderes. Nach den Getränken ist mir jetzt gerade irgendwie ich der Nachts müde. Grundsätzlich bin ich da eher so der Cristiano Ronaldo des Moderierens. Moderierens, Aqua. Oh, ich habe gesehen, dass P-Flop jetzt Pocahondas 3-Bett ausgepackt hat gegen Holger von Volga. Und Holger von Volga hat jetzt hier natürlich die Möglichkeit nochmal drüber zu gehen oder zu callen und natürlich auch zu fohlen. Das ist immer gut. Er hat ja mehrere Möglichkeiten. Er entscheidet sich jetzt hier an der Stelle für deinen Call. Und ja, Flop ist nicht schlecht für Holger. Beide floppen jetzt top per. Holger mit dem besseren Ende für sich. Bessere Beikarte. Mal gucken, wie sich die Hand jetzt weiter spielt. Pocahondas bleibt auf dem Gaspedal. 55, halber Pott ungefähr, ein bisschen mehr. Knackige Bed-Size. Holger sind jetzt beide auch echt deep, also beide über 400 Big Clients. Holger muss sich natürlich jetzt schon überlegen, möchte er um Snacks spielen in der Hand oder möchte er PodControl spielen. Wobei auch mit PodControl wahrscheinlich irgendwann bei diesem Setzgrößen immer mal der Stick in der Mitte landen wird. Trotz des relativ gefährlichen Sports, Connected-Boards, wir haben zwei Karos im Board. Entscheidete sich jetzt hier nur für den Call. Man merkt auch gleich, Pocahondas hat es bemerkt. Was bringst du am liebsten Alkoholisches außer mir? Hat sie da so ein bisschen aus dem... Boah, das gibt es viele Sachen. Zum Überlegen gebracht, kann man sagen. So wählerisch. Aber sie bleibt voll auf dem Gaspedal. Zehn glatt. Ein halber Pott. Statistisch. Holger macht das bisher ganz, ganz, ganz schlau, aber sehr, sehr stark auf PodControl fixiert und callt jetzt auch nur den Turn. Interessante Spielweise. Boah, die zählen natürlich insgesamt eine sehr, sehr gute Karte. Ich denke, er hat eigentlich jetzt hier eher die Möglichkeit, nochmal das Bett auszupacken, also aktiv zu betten. Abseits. Weil es natürlich schwierig wird, welche Hände wird Pocahondas da nochmal anspielen. Entscheide sich trotzdem für den Check. Ich denke, es hätte man an der Stelle auch anspielen können. Gucken, ob Pocahondas jetzt hier nochmal ein Bett raushaut. Und wenn, dann wäre es ja quasi irgendein Flashturm oder sowas, der vielleicht auch connected hat oder sowas. Den, von dem sie nochmal Geld erwartet. Ist aber schwierig jetzt einen zu finden, der dann mal was zahlt. Außer natürlich zehn irgendwas in Karo. Dann wäre es aber hinten. Das ist jetzt wirklich, das ist wirklich eine sehr, sehr interessante Hand. Und sie wird, macht es klug, sie checkt nur behind und sieht die schlechte Nachricht. Sehr, sehr überlegen gespielt jetzt vom Holger an der Stelle. Und da kommen auch gleich die Ripper-Bits vom Mangus. Nice Hand. So, Spielkopf. Nice Hand. Ja, für Pocahondas heißt es in der Hand leider nicht. I will not win this Hand. Ja, ja. Danke für die Bits. Danke für die Bits, Mängus. Nice, sich hier auf den Holger zu konzentrieren. Langsam kommt da ja ein Vater, der gute Holger. Ich muss ja bald noch meine sticheligen Kommentare zurücknehmen, wenn er zwei, dass er performt. Aber jetzt kriegt er aber endlich mal ein paar bessere Spots für sich. Bessere Spots gibt es jetzt auch hier für den Hitman, der endlich auch mal eine Hand zum Raisen hat. Mal gucken, ob er das jetzt auch macht. Äh, 275. Okay, äh, ja, er findet eine Hand, die er raisen kann. Äh, und er racet dann auch, äh, ja, auf 27,5 Big Blinds. Äh, das ist eine knackige Bat-Size. Äh, da wirft sogar, der Fisch ist sein König weg. Und ich denke mal, außer den Blinds wird er da jetzt nichts kriegen. Etwas, vielleicht etwas zu hoch. Ja, das hat es mir mal gezeigt. Aber... Achso, was? Ja. Verschossen. Ja. Achso, verschossen. Achso, verschossen. Ja, wenn ihr sie nicht anspielen heißt, wieso habe ich sie nicht anspielen? Ja. Spiel dich an heißt... Ja, die haben sie nicht anspielen. Ja. Warum hast du nicht gespielt? Ja. Aber kurz. Wie man es macht, ist scheiße. Jetzt. Ja, kurz, äh, ja, die Diskussion am Table. Oder, oder, äh, mal ein Move auspacken oder einen Check-Race oder so. Ja, dann finde ich ein Spammernspielen. Pre-Clops. Eine Call und dann hoffen, dass jemand raced und dann sowas. Boah, ich war. Geht auch, wenn du einen Big Blind bist. Aber okay. Was? Weiß? Da kann ich nicht checken. Äh, okay. Schwierig. Poker ist schwierig. Einige uns da drauf. Junior. Fischi, 50. Gut. Nächste Hand. Doppelstraddle. Holgerverfolger. Und Pokerontas. Fischi hier mit, äh, mit einer guten Starthand. Als Dame. Ja. Sehr kleiner Bett. Äh, sehr kleiner Race auf 1,25. Zweieinhalbfacher Race. Ähm, lädt den Baumeister ein, König 6 zu callen. Lädt wahrscheinlich den Holger ein, König 3 suited zu callen. Und jetzt, äh, Pokerontas. Schauen wir mal. Nur. Nur mit dem callen. Und, äh, so kann Hitman mit seinem mittleren Ass auch noch mal callen. Ähm, ja. Gehen wir zu 5 dann den Flop. Und, äh, ja, Holger hat hier ganz gut gefloppt. Hat, äh, Flasche gefloppt. Der Rest, ja, eher nicht so gefloppt. Äh, Baumeister noch, äh, das kleine Spar getroffen. Hintman in Gatschut getroffen. Oh, sind jetzt nicht so die Hände. Ähm, gucken wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Wo, wo, wo? Warte mal, ne. Riese und Zinke. Steineschmerz? 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 Ja. Brutale Käfer, da weiß ich ja. Ja. Schweineschmerz. Was hast du denn gemacht? Ich hab nur Härte, Zins. Was schaffst du jetzt? Und Ringsen. Das war so die andere nicht so. Ich weiß, es ist aber die Richtung du niederzähl. Da kann ich mich gar nicht auf. Mach das noch nicht? Ja, dann. Mal den Weißstift. Was machst du denn da? Machst du nicht noch? Äh, wie jetzt Lampen. Glühbirntaus. Oh. Glühbirne. Vor allem Glühbirne. Glühbirne. Leuchte. Ich weiß nur, was der Knut ist. Ich hab im Keller zwei Packungen gefunden mit Plastikbesteck. So, Einlichtbesteck. Laser 1,50. Okay. Ähm. Ja, das ist die Spur. Ja, man merkt schon, die Themen sind so ein bisschen abseits vom Poker. Es wird hier über Plastikbesteck gesprochen und so. Also, ich weiß nicht, dass Poker Nebensachen wurde. Aber, ja, die Spieler haben mich so ein bisschen damit angefreundet, dass jetzt gerade ein bisschen weniger Action ist. Und, äh, interessanter, interessanter, äh, turnert jetzt hier an der Stelle. Hitman hat ja am Flop gebettet mit dem Gutshot und kompliziert jetzt hier seine Hand. Und, äh, trifft die 7. Führt jetzt meilenweit. Äh, eigentlich hat jetzt auch nur noch der Holger irgendwie eine Hand, die, die ja da weiterspielen kann. Ein Flaschtor. Kriegt auch sehr, sehr gute Odds. Also, eigentlich muss Call an der Stelle. 3 in, äh, in 13, 1 zu, 1 zu 4. Jetzt kriegt da 1 zu, 1 zu über 5. Ähm, ja, alles andere als ein Call wäre jetzt da glücklich fatal. Einfach gucken, ob man seine Hand macht und dann, äh, ja, den, den Potter mitzunehmen oder halt eben nicht. Guck mal, hau eins raus. Jawoll, da kommt der Flasch an. Jetzt mal gucken, ob der Holger an der Stelle es besser macht wie vorher. Jetzt anspielt, weil von welcher schlechteren Hand kriegt er jetzt nochmal eine Bett. Kann das da locker 12 machen. Okay. Macht er nicht. 56. Kleine Bett. Wird called. Der Weg des geringsten Widerstandes wird gewählt. Ähm, Hitman, sieh die schlechten Nachrichten, dass er dann vorne war bis zum River. Oh, das Lash. Oh, das Lash. Ui. Bis zum River. Und die nächste Hand. Ding, 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 ding. Das freut ein wenig es glaub ich grad nicht. Ich glaub der sitzt grad nach seinem Balkon und denkt sich äh. Und denkt sich hier äh. Moment vez eule. Äh, falsch. Falsch, falsch. Äh, sagt sich hier ähm em 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 Genau. Achtung, Achtung, es folgt ein Gruß an den Tisch von Pharao Brows. Grüße gehen zurück vom Tisch. Lieber Pharao, ich glaube, du wirst schmerzlich vermisst. Keiner geht aktuell groß mit. Ich bräuchte ein bisschen mehr Action am Tisch, die Jungs. Das ist ein Mädel. Aber diese Auswahlsteuerregel ist ja nicht mehr. Mach den mal zur Seite, Birk. Das ist ganz gut. 5 Bits von mir, die schenke ich dann auch mal hier im Stream. Ich muss auch mal gucken, ob die Funktion noch geht. Geht aber auch für kleinere Mengen. Außer man natürlich so eine Wette am Laufen. Gut, mal gucken. Hier haben wir Stark. Hitman als König. Raced here under the gun, up the straddle von Pocorondas. Birkuless. Nächste gute Hand. Zehner. Rote Zehner. 4,40. 3-Bett. 4,40. Baumeister. Ja, kleines Paar Fünfer. Werde sich jetzt nach der Action wahrscheinlich verabschieden. Ja. So macht das auch. Koni, ja, nichts Spielbares. Wolgi, nichts Spielbares. Pocorondas. Unterm Strich. Eigentlich eine meiner Lieblingshände. Aber 4,40. Geht jetzt da eher unadaktiv. Aber Hitman kann natürlich überlegen. Macht dann eine 4-Bett vielleicht sogar nochmal. Ach, die Balkonmenge ist jetzt mittlerweile reingegangen oder was? Ist das zu kalt draußen? Oder wie sieht es aus? Ja, aber starke Unterstützung auf jeden Fall da. Aus St. George. Ja, aber das ist ja schon cool. Privatchauffer von der Rose. Leiste musste. Hi, Fie. Very much appreciated, sagt man, glaube ich. Oh, ein Hitman called. Okay, wir sehen also. Flopplay. Mal gucken, wer sich da dann besser behaupten kann. Boah. Boah. Ah, ich bin gesägelt. Nee. Falsche Richtigkeit. Nee, aber falsche Richtigkeit. Mal schauen, wie er die Hand jetzt weiterspielen möchte. Nur noch die beiden Beine so. Das erste habe ich gar nicht gesehen. Mal nicht schlecht. Check. Mit einem Check. Birk addiert jetzt hier noch ein Flashtow zu seinen Outs. Äh, ein Flashtow, ein Straight-Draw meine ich natürlich. Zu seinen Outs hinzu. Verbessert also insgesamt eigentlich nochmal seine Handstärke. Weiß er natürlich nicht. Aber, ähm, falls er die Straße trifft, wird es dann doch schon sehr schwer für Hitman noch weiter zu spielen. Ja, er foldet auch, hat keinen Peak auf der Hand, nix. Und, ja, entscheidet sich hier jetzt für den Varianzarm-Fold. Und, ähm, insgesamt doch schon auch, ähm, finde ich, äh, sehr, sehr, äh, gute Plays heute. Ähm, sehr, sehr starke Plays. Das haben wir bisher schon gesehen. Ähm, macht mir jetzt persönlich echt viel Spaß, hier, äh, zu kommentieren. Ähm, sich da ein bisschen reinzufuchsen in die, in die, äh, Gedanken der Spieler. Und ich habe auch ein bisschen Zeit jetzt heute für, ähm, bei der Action. Ähm, ich hoffe, es kommt im Stream genauso gut an. Klar, es ist manchmal zwischendurch so ein bisschen zäh, weil jetzt nicht so viel Action geht. Aber die brauche ich jetzt nicht unbedingt, sondern ich finde jetzt schon, dass jedes, jede Hand hier immer mal wieder zwischendurch mal ein richtig gutes Play beinhaltet. Ähm, Fiepzer heute schon gesehen, äh, wer aufgrund von guten Plays von, von, von Birkuless, ähm, Hand gefoldet hat, weil bei der er vorne war. Ähm, wir haben, äh, Tucker und das schon mit einem sehr, sehr starken Rivercall gesehen. Ähm, echt, echt, äh, richtig cool. Wenn der jetzt ein bisschen nach innen reingeht, äh, dann ist er auch nichts. Oh mein Gott, sagt sogar Tore, sagt sogar, oh mein Gott. Oh ja, jetzt sieht man es noch mal noch auf. Toll. Komm schon. Na ja, gut. Das Spiel ist alles offen, also so überragend, dass jetzt Realman... Check, Lisa ist dran. Mhm. Na, jetzt ist mein Start. Ja, da hat der Gnabi doch noch seinen Tor gemacht. Eins, fünf, Birk. Wenn auch auf der Base Station. Falls man das jetzt. Und. Und. So, in der Hand, ähm. Wer ist denn noch? Da spielt Top-Pair an. Birkulis Raced, Second-Pair, okay. Interessant. Moment, wenn wir uns so rum, ja ja. Und, äh, Bogondas entscheidet sich nur zu callen. Und jetzt mal schauen, ob, äh, Birkulis auf dem Gaspedal bleibt. Die Action geht diesmal andersrum, diesmal sitzt Pocahontas und Birkulis called. Okay, schauen, was der River bringt. Okay, schauen, was der River bringt. Der River bringt den Jungen. Ändert jetzt nicht wahnsinnig viel an der Hand. Deswegen bin ich mal gespannt, ob, äh, Bogondas in der Situation nochmal Value Seed in der Bett. Und ob, äh, Birkulis nicht immer noch vorne sieht. Seine Hand wurde jetzt schlechter, das ist nur noch Third-Pair. 5,50. 5,5. Oh, eine Kamera ausgefallen anscheinend. Gleich mal gucken. Auf jeden Fall called. Wie gesagt, zeigst du mir? Called Birkulis und, äh, Seed, die sehr, sehr schlechten Nachrichten, äh, woanders. Gewinnt hier einen massiven Pot, 240 Big Blinds. Mit einer durchschnittlichen Hand. Ja. Der hohe, der hohe Ventus Showdown-Wert, ähm, ähm, äh, von Birk, den, den ich da vorhin mal angesprochen habe. So, Kevin. Der hat natürlich jetzt hier auch seine schlechten Zeiten. Bis zur nächsten Stats-Anzeige und dann noch ein Orbit. Ist das okay? Ich bitte ums Handvoll. Achtung, Achtung. Achtung, Achtung. Frösche sind Schmutz. Achtung, Achtung. Du bist der Boss. Du bist der Boss. Er meinte mich, er meinte doch der. Ich würde mich nicht zum Warten einlesen. Danke. Ah, sorry. Achtung Achtung Es gibt keine Zweifel an der Erhabenheit und Allwissenheit des Dealer Tentakels Achtung Achtung Coni schläft ne Runde neben mir Ist das erlaubt? Nein Es schläft ne Runde Coni schläft ne Runde Sing ihm was Mit Top 2 Pair Hat also ne richtig starke Hand Setzt auch folgerichtig Im halben Pott ungefähr Wenn ich es richtig sehe Da lachen selbst stehen und an der Straße schon Da starten wir erst im Schwingen Das klingt doch freundlicher Wie wenn immer der Krankenwagen vorbeifährt Aber ist weniger geworden mit der Feuerwehr Nicht? Und Baumeister Baumeister call den Turn Und trifft dann rüber die Straße Uuuuhhh Aber auch an der Stelle gilt natürlich Wenn der Baumeister als hier die Hand Ja 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 Ich glaube nicht dass der Röger als da crazy geht in der Hand Ähm Ich denke dass äh Baumeister Mhm Ist doch Röger Röger Ja Röger hat noch nichts gemacht Ne Kuni meint grad dass äh Dass es nur einen großen Top geben könne Ähm Ja Wenn Baumeister anspielt Muss Volga wahrscheinlich callen Uuuuhh 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 Wahnsinns Hollywood jetzt einfach Uuuuhh Mit Mit Ansage Uuuuh Was für ein Röger Uuuuhh Uuuuh Wie hab ich das verdient Uuuuh Ich setz mal Uuuuh 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 Ne Er macht äh Aber trotzdem eine relativ große Patch Ah ne Gar nicht mal 6 Komma 7 5 Und Holger hat schon die Karte in der Hand Also Das ist ein Fuchs Das ist ein Wenn er das wegschmeißt Ich schwör Dann Kuss auf den Bagger Wenn er wegschmeißt Keine Ahnung Ich sag mal Erster F200 Mannberg Über die 70er Würmer aus den 80er Jahren Gucken Nummer 6 Ah also was deutsches Dieter Eckstein Ah ja Aber dann schaut Leute das keiner Das ist nicht international Das ist nur hier ähm Nur Dach Er foldet Er foldet tatsächlich Koni kann ich nicht glauben Aber es gibt dafür jetzt live im stream Kuss auf Backe Für Holger Ja Da bin ich jetzt mal gespannt Guten Morgen Guten Morgen Guten Morgen Diese Kröße Das war zu einladend Hä? Ich bin Stream Insider Oh Jetzt haben wir es nicht gesehen Mist War ich auf der falschen Kamera Mist Hab ich das nicht Oh Gott Wie Oh ich kann nicht Oh Das war schlecht Ich hatte einen Job Ich hatte einen Job Er hat gesagt Er kommt ernst Er kommt ernst wenn es nicht rausgehen hat Mist Und was hast du äh Bevor der Holger den Fold gemacht hat Gesandt? Foldet er oder äh Das sag ich jetzt nicht viel dazu Okay Kannst du dir dann im stream angucken Okay Aber die Hand ist dran Es ist frisch Mhm Das ist fair Mhm Habe ich alles aufgeteilt Ja nicht alles Coni Ich habe ja leider jetzt die Situation äh Weil ich diesen Auto-Modus drin hatte leider Verpasst Ja ja gut Ist vielleicht auch besser so Ja Ha ne Das ist tatsächlich so Gut Egal Wir kümmern uns ums Pokern Und beim Pokern Sehen wir Dass äh Oh Unser Meister Aufgewacht ist Aufgewacht mit einer starken Starthand Assjunge Off Coni Denkt sich Okay Wer nicht schonmal wieder am Platz ist Jetzt kann ich die Hand auch spielen 5-10 Holger Verfolger hat eine Hand Die er callen kann Und äh Pokern das hat eine Hand Die sie auch drei betten kann Machts ja auch Klein Allerdings Ähm Keine Keine besondere Und das eine besonders große Betza ist Deswegen kriegt sie jetzt auch leider Ja Weiß jetzt nicht ob leider Aber sie kriegt auf jeden Fall drei Cola 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 Koalas Drei Cola Koalas Und äh Floppt Die Erste Hand Bleibt vorne Kurios Moment Oder hast du schon Ja Das habe ich nicht wahrgenommen Check 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 Zoom Preflop Aggressor hin Profi Guckt sich erstmal an Wie groß ist der Pod Muss ich es nicht selber berechnen Wie viel setze ich jetzt Mal genau nachgeguckt Wie groß ist mein Stack 10 Bucks 10 10 10 10 10 10 10 large war die bette 10 ich hoffe nicht dass die ball zu ende groß ziehen ja 10 latsch war die bett und natürlich da keine action keiner interessiert die hand weiter zu spielen auf der anderen seite kann sie froh sein einfach die hand mitnehmen zu können brieft dabei ja genug drin nice hand auf jeden fall so nächste hand baumeister straddled cooney called anders wird die hand auch mal callen vielleicht sogar ja vielleicht sogar riesen ganz kleine race also dass man das mal eine race nur auf 80 ist doch schon sehr was was sehr unüblich ist aber bis jetzt eigentlich nicht so gehabt wenn jetzt ein hitband der 80 called hier auf und das andere hand hier auf und fischi hat eine hand die er racen kann drei bett auf 260 das dünntes fällt jetzt mal ein einer hat hier herz der andere hat wort bringt ja keine besonderen neuen erkenntnisse die connected so ein bisschen fischi hat weiterhin die beste hand allerdings fast wie scary und wir können also auch die konti bett und kohle der versteckt versteckt der turn bringt die fünf two players für koni fischi checkt nur der riecht irgendwie den braten und kohle fünf ein viertel also ein drittel pot size pet und holtet einfach direkt so ganz starkes play ganz 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 stark ist sehr sehr stark richtig richtig gut war von beiden spielern so spielt man poker und beiden spielern gutes spiel die stets machen wir gleich danke karlus für den hinweis vize führt immer noch meisterlich das tableau an auch wenn er ein bisschen abgebaut hat mittlerweile unter vier stacks plus baumeister auf der mittlerweile stark knapp hinten dran bei dreieinhalb stacks plus auch holger verfolger durch einige sehr sehr starke hände auch knapp hinten dran man sieht er hat auch leicht abgebaut er war also schon mal vorne dran war auch mal als weltranglisten erster für heute mittlerweile aktuell dritter platz das heißt ja auch nur holger verfolger deswegen ist die verfolgerposition der vielleicht noch besser geeignet pocahontas ja um die nulllinie herum mit der tendenz eher ein pust zu sein hat immer mal wieder so einsteige nach unten und kapelt sich dann wieder auf wirkules ist wieder bei einem stack minus angelangt bis hier bei zwei stacks minus hitman ist mittlerweile bei dreieinhalb stacks minus mit der tendenz bei vier stacks minus boni stabil unten klar er sitzt da auch mehr bei mir rum als dass er spielt da kann ja auch nicht viel passieren hat jetzt aber ein zwei kleine pötet gewonnen ist jetzt mittlerweile ja unter fünf stacks minus der vpip wie gesagt homogenisierung ist so das große stichwort es wollen alle wohl um die 40 prozent hände spielen da wird sich so irgendwie einpendeln bis auf birkules der möchte gerne mehr hände spielen hat sich aber auch insgesamt beruhigt beim pfr holger verfolger einsame spitze birkules auch recht weit oben hitman hat immerhin jetzt mal ein paar hände gefunden ich glaube zwei waren es die er racen kann der rest raced halt recht wenig und bei der winrate sieht es mittlerweile so aus dass holger verfolger die abstiegs plätze verlassen konnte hitman auch jetzt zweitletzter ist und nur noch fischi ganz ganz unten steht also auf geht's in den letzten orbit die ampel springt auf grün ich habe keine ahnung wann der holger wann die unterbrechen wird ich glaube wegen dem letzten orbit wird das keine neue folge anfangen mal gucken vielleicht macht er auch noch zwei folgen draus da bin ich jetzt mal gespannt schauen wir uns an nächste hand letzter orbit habe ich verstanden von dem her schauen wir mal was die jungs und das mädel nochmal rausballern möchten wir sehen uns gleich mal an der der gun late first one ja folger verfolger hat eine hand gefunden die mal jetzt nicht 3,5 ist um sie zu racen sondern dame junge mal eine etwas spielbarere hand nachdem der kuni hier rein legt an der der gun ja ich bin deswegen nicht für die für die reinfachstecher wir können es packt ein dreibett aus also wir haben auch hier wieder die zwei protagonisten die schon den ganzen abend sehr sehr aktiv sind wieder beide steigen mit einem brace ein in die hand folger verfolger an der stelle mit der mit der besseren starthand rollt auch ne passt bei mir zwei optionen zweit heads up ziehen wir einen flop der sehr sehr interessant kommt der sehr interessant kommt wir haben Topair für holger und open ended plus VectorFrasch für Beaculis und holger checkt macht er ja ganz gern dass er dann erstmal zum Prieferbergresser macht es auch Sinn zum Prieferbergresser checkt und der setzt auch gleich nochmal also der möchte mehr Geld vor 10 folgerverfolger folgt dem auf und stellt mehr Geld in Pott der turn ist eine 10 und pärtet den Virculus auf sodass im Prinzip beide denselben also wertet eigentlich die Hand von Virculus ab weil beide jetzt denselben Flasch äh König und 8 würden für beide die gleiche Straße machen und äh die Pieders kann jetzt nur noch mit einer weiter sehen die Piedermont geht das ist deutliches downgrade mit der Handschel oder wie das ist die Claudia Bertani des Pokers die ist die Claudia Bertani oder? was ist das klingt super super rangerie also aus der kernse Werbung das kommt echt ja ja aber das ist 100 Jahre her erfunden so war gecheckt Ich bin der Herr Kaiser von der Hand. Und wie hieß der, wenn er beim Melitta-Combie hießt er auch Kaiser? Wie hieß der Melitta-Mann, der hieß du auch Kaiser? Der hieß halt Melitta-Mann, ja. Das war der Peter von Froska. Und Käpt'n von Iglo, oder? Genau, Käpt'n von Iglo. Und wie hieß die Tante von Palma? Und der Röber ist tatsächlich eine Dame. Also jetzt haben wir eine Situation. Beide Tupem machen am River. Und das glücklichere Ende hier für Volker Verfolger, der die Hand einfach durchzieht und eine weitere Hand einsackt. Menges, walte deines Amtes. Da kommt's auch schon. Ding, 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 ding. So. Super Menges, immer her mit dem Geld, immer her mit dem Geld. Holger, immer weiter, immer weiter. So. Am 1. So spielt man Froska. Das ist nicht gut für dich. Na Menges, das ist nicht gut für dich. Ja. Gut. Hm. 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 So. Die Fahrkarten liegen soweit. Die können wir noch weiter reißen. Aha. Da ist es. So. Kann mal ganz kurz. Äh. Mal langsam auf den Weg. Kann mal ganz kurz. So. Das ist eine Hand. Und der. Ja. Passt schon. Passt schon. Ja Menges. Alles weiter. Alles weiter. Hättest du einen Kuni nehmen sollen neu, dann hättest du glaub ich nichts bezahlen müssen. Ähm. Ähm. Ja. Ähm. 24 Stunden Pokeraushalter ist heute, äh glaub ich, am Rande seiner, seiner, seiner Existenzfähigkeit angelangt. Das hab ich, äh, Ablaufdatum leider nicht ganz mitbekommen. 30. 30 Jahre greift. 30 Jahre greift. Äh. Scheint doch leider länger her zu sein bei diesem Mon Cherie. Ich hab auch diese Mon Cherie noch nie gesehen beim, beim Carlos und ich weiß auch, dass der, äh, Carlos auch nie Mon Cherie kauft. In dem er, äh, äh, das wär das ein großer Zufall, wenn die jetzt frisch wären. Die Heilpackung ist auch so, 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 dreiviertel leer, also die sind schon sehr, sehr lange offen. Ich mag's auch. Ich mag's auch. So, in der Hand, äh, haben wir jetzt Pocahontas. Die hat, äh, gerased. Bigglob. 2.30 suited. Ähm. Goodman. Called. Get push, bigglob. Bigglob. Ein also krisch. Sit. 2.25. Und Baumeister hat letztendlich eine Entscheidung. Ähm. Möchte er die Hand noch weiter reizen oder belässt das dabei? Möchte er Postplopst. Ähm. Ein weiter spiel gegen Birk? Das sieht aus, als ob er… etwas tiefer reingreift in den Stapel. Schauen wir mal, ob der Coaster Rays ausfallen wird. Der All-In geht es tatsächlich auch. Der geht sogar mit dem ganzen Stick rein. Und ja, kommt zu einem All-In und zu einem Call. Dann haben wir mal wieder Action. Birk, König Junge, Meister, Dame. Also 3% oder so, ich glaube viel mehr ist es. Echt, meinst du? Hallo? Der Flop bringt mal keine Entwicklung. Der Turn pehrt jetzt den Baumeister und bringt dem Birkules einen Gutshot. Oder der König hilft ihm noch. Und der River bringt das Full House für den Baumeister. Easy game, easy game. Da nimmt er sich die Moneten. So spielt man Poker. So, wie viel waren das? 2? 2, gell? Stabil, ja. Einfach stabil, der Junge. Kommt du ab, wo sie dann stellen? Ja, 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 ja. Ich zähle auf dich. Ich zähle auf dich. Gut. Ich habe hier irgendwas zugeschickt bekommen angeblich an mich von Manuwurf Trading Cards. Das ist der Schwab Trading Cards. Ich weiß, dass er irgendwas mit Pokémon Karten tradet. Von dem her bin ich jetzt mal gespannt, was da vielleicht drin sein könnte. Das ist jetzt schon mal aufgemacht. Ich will aber natürlich jetzt nicht, dass hier das Game irgendwie verpasst wird. Deswegen mal ganz kurz in den Modus. Und dann sehen wir hier, dass auch tatsächlich Pokémon Karten drin sind. Pokémon Produkte von Manuwurf. Offensichtlich ein Pikachu. Interessant, die Karte ist verpackt. Ich weiß jetzt nicht, ob die original verpackt ist. Und ob ich da irgendwas kaputt mache, indem ich die Karte aufmache. Deswegen lasse ich sie jetzt einfach mal so. Und versuche irgendwie... Wobei, nee. Es muss ja offen sein. Es ist ja Werbung drin. Von dem her kann ich die auch aufmachen. Mach ich jetzt auch mal. Ja. Ich hab den Bier geraucht heute dabei. Das war die Moncherie. Das war die Moncherie. Das war die Moncherie. Das war die Moncherie. Und äh... Ja, ja. Das war aber wirklich anders. Schöne Verpackung auf jeden Fall. Hallo. Hier ist auch eine Grußkarte dabei. Steht drauf. Hallo. Ich bin Manuel. Und habe dieses Pokémon Set für dich zusammengestellt. Mit einer Amazon Bewertung kannst du anderen Kunden und vor allem mir selbst mir helfen. Wenn dir das Produkt gefallen hat, besuche uns doch gerne mal auf unserer Homepage. www.manuwurf.de Das ist irgendwie Schleichwerbung. Keine Ahnung. Ist nicht abgesprochen mit Stream-Mastern. Aber... Vielen lieben Dank und viel Spaß mit deinen Pokémon-Produkten. Herzlichen Dank. Ich habe ja heute hier auch das Gengar-T-Shirt an. Als hätte ich es gewusst, habe ich es nicht gewusst. Aber interessant. Und ich habe jetzt hier ein schillerndes, glitzerndes Pikachu. Und ein schillerndes, glitzerndes Silembrim. Die haben hier auch irgendwas, keine Ahnung, Attacken, Schweifladung, Gigadonner, mentaler Zermaler. Das passt doch heute zum Pokern. Also hätte ich das vorher auch gemacht. Verwehrender Impuls. Das sind beides Stichwörter, die man eigentlich gut hier auch als Moderator anwenden kann beim Pokerspielen. Dass er an sich selber gezweifelt hat, weil er irgendwie... Mentaler Zermaler. Das hätte ich vorauf machen sollen. Also vielen, vielen Dank, Manu, für die zwei Pokémon-Garten. Die sind bestimmt teuer, die glitzern schließlich. Von dem her... Keine Ahnung, vielleicht bin ich jetzt Millionär und weiß es noch nicht. Geil. Da ist auch ein Aufkleber dabei. Das ist ein Sticker. Den werde ich jetzt hier mal platzieren. Für immer. Und gehen wir einfach mal wieder zurück zum Spiel. Und da sehen wir auch, dass der Meister das meisterliche Blatt hat. Und dann... Asse. Erhöhter Preflop dann auch. Kriegen wir einen Call von Cooney. Vielleicht auch einen Call vom Hitman. Und ich sehe, der Heckenwitz ist da. Heckenwitz. Du hast gefehlt irgendwie. Wo waschen du die ganze Zeit? Du hast keine Zeit gehabt zum Zugucken. Hier, ich habe jetzt so lange drauf gewartet. Jetzt kriegst du auch gleich mal hier. So. Volle... Volle Breite. Ah, Hochzeitstag. Ja, klar, klar, klar. Kann man mal verstehen. Ein bisschen entschuldigt. Aber nur ausnahmsweise. Hättet ihr einen Stream auch zusammen angucken können eigentlich. Also, herzlichen Glückwunsch zum Hochzeitstag. Wäre ein gutes Geschenk gewesen zum Hochzeitstag. Oh, ich hatte es. Bietze. Uncontested. Asse. Nimm da mit. Lächel da. Ja, natürlich ist es romantisch hier. Ja, klar. Ich hätte euch auch was singen können. So. Frank Sinatra-mäßig oder sowas. Kann ich schon. So mit einem gewissen Kaiserstühler-Dialekt drin. Kaiserstühler-Denglisch. Ich glaube, das wäre gut angekommen. Genau. Das ist was ich gerade sagte, dass man sich dann ärgert, wenn man sie nicht hier wegwirft. Ja. Das ist ja auch sehr an der Weg geschmackt. Das ist so geil. Das ist so geil. Das ist so geil. Ne. Selber. Hä? Jens, was heißt denn hier bitte nicht? Ich habe doch wohl eine Engelsstimme. Das verstehe ich jetzt nicht. 75. So. Gib mir hin. Andere Gun. 1,75. Ass Junge. Ja, wenn er gute Hände hat, dann will er halt einfach Geld drin haben. Dann will er die kleinen Würste, die will er da raus haben mit ihren scheiß Händen. Ja, aber... Ja. Kann trotzdem ein paar Art, die immer noch mitgehen. Wir haben zum Beispiel jetzt... Ja, 9,6 zum Beispiel vom Kony. Ja, so Hände kriegt er halt nicht raus. So, was gibt's? Früher gab's das zu. Ja. Mach mal doch beim Wohle-Müll-Tonationen und so. Ja, das haben wir ja schon... Das ist in Hamburg, glaube ich, oder? Ja, Berlin auch. Ja, in Hannover, oder? Ja, Berlin auch. So, zu 14 Mann Flop. Der kommt runter. 10, 4, 3. Da gab's noch die BRD noch. Hahaha. Da connected's jetzt, äh... Da connected's jetzt, äh... Der Vize mit. Die schlotiert die beste Hand. Und, äh... Hitman geht aber weiter. Bleibt auf dem Gaspedal, will hier versuchen, die Hand irgendwie noch an sich zu reißen. Schauen wir mal, ob ihm das gelingt. Erstmal ich. Erstmal callen alle. Hallo. Und, äh... Wir ziehen einen Turn. König. Eine Oberkarte für... Hitman. Hitman ist vom Gaspedal auf jeden Fall mal runtergegangen. Jetzt wird wieder durchgecheckt. Also, alle mal ein Stück vorsichtiger. Und die Dame... Die Dame am Rüber. Natürlich die absolute Chin-Karte jetzt hier für Hitman. Hat die absoluten eiskalten Nats. Warte mal. Hat nur leider das Pech, dass jetzt keiner wahnsinnig connected hat. Ja. Wird deswegen dann auch... Das All-In wird er wahrscheinlich nicht gecallt bekommen. Ja. So sieht es halt aus. Zeigt aber seine Hand. Zeigt es nochmal. Zeigt, hey. Die Straße hinten raus. Ganz, 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 ganz stark. Hinten raus noch getroffen. Kommt mit nix. Die müsste ich jetzt zeigen, was dazu läuft. Dann so eine schöne Verstecke. Oh, Mann, 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 Mann. Ja. Volkers Reaktion. Gut. Gucken wir uns mal ganz kurz nochmal den Tabeldurchschnitt an. Wir haben mittlerweile, ja, immer noch knapp 20 im Schnitt pro Pott. Keine Ahnung. Wenn wir nochmal angucken, ob das so stimmt. V-Pip und PFR. Beides ähnlich wie vorher. Hat sich jetzt nicht viel verändert. Die Spieler lassen den Pokerabend, den Tokern in den Mai ganz langsam ausklingen. Ja, stimmt. Nicht mehr so wahnsinnig wehtun. Ja. So wird es dann wahrscheinlich auch noch die nächsten Hände gehen, wenn es jetzt keine Setups mehr gibt. So, was schreibt ihr hier? Ganz stark der Kuni. Ja, das war schon stark. 9,6 wollen. Ja, schon eine richtig gute Hand. Deine Unruhen Stimme. Mh, mh, mh. Mh, mh. Merke ich mir. Aiaiaiaia. So. Hand Nummer 54. Holger Verfolger. Am Button ein Rays. Birkuless. Im Spaddle ein Rerays. holger wird die hand nicht weiterspielen ist meine tendenz aktuell vielleicht doch noch ein play auspackt wäre besser wenn er sich daran halten wird aber macht mal auf die nächste hand doppel straddle in der hand antwortet mit einem straddle leider echt jetzt also viel grüße unterwegs mal gucken koni hat eine spielbare hand schlechte position holger hat eine spielbare hand auch keine so gute position wird aber wahrscheinlich auch mal die 50 mal mitgehen ich denke mir mal vielleicht noch eine 3 bett auspacken wird koron das findet einen call hitman findet einen call eine klatsche für den tisch 3,50 ganz gute bett size an der stelle koni out holger out ich sehe die anderen jetzt eigentlich auch nicht nicht callen gut analysiert lisa an der stelle ja alles angemessen alles war angemessen in der hand vorletzte hand höre ich da gerade ich bin schon mal 10er stapel machen für den und dann kommt dann am ende dass ihr auch schnell alles getätigt ich bringe das jetzt noch durch mehr an ein verdoppel viel zu anstrengend ein negativer verdoppel quasi erzählst nichts mehr wie der die letzte sitzt drin das war falsch jetzt muss ich da eine frage daraus machen achtung achtung letzte hand du hast es erkannt danach glückliches paar das ist ok und nicht sonderbar gut also haben sie jetzt nicht so gehört hat der übersetzer hier an der stelle die maschinen stimme nicht so gut rüber gepasst ja sie haben es doch gehört ok alles gut also wir haben jetzt nochmal irgendwie einen race und ein 3 bett gehabt und dann nochmal ein paar calls jetzt also alle wollen uns in der letzten allerletzten hand für heute nochmal wissen und und der dealer bringt uns auch zumindest zweimal chopper als spielbare ausgangsposition Fisch 3 was ist das hier 25 how much it would be a fish call 23 25 von der besten hand aktuell gecalled von der zweitbesten hand aktuell gecalled von der viertbesten hand gecalled von der vierte besten hand gecalled von der führten hand gecalled von der mit besten hand und so sind die vier besten hände die am flop da waren auch noch am turn da der bringt tatsächlich jetzt die 10 für pocahontas das können den koni noch mal kosten bin ich mal gespannt wie pocahontas die hand weiter spielen wird also noch mal richtigen richtige setup hand für die letzte hand hier von unserem dealer tentakel der heute absolut einwandfrei gedealt hat ich habe keinen fehler gesehen keine große korrektur die er machen musste also unfassbar stark vom dealer unfassbar stark ist jetzt an der stelle auch das das race von pocahontas und wenn ich stark meine ich auch saftig da läuft mir das wassermund zusammen bei der bette ist anders wie beim kuni der jetzt hier natürlich was zum kauen bekommen hat aber wie ich heute schon mehrfach erwähnt habe wir sind ja hier nicht beim puzzeln denn puzzeln findet im nebensteam statt total welt sowas wie eine 4 in dieser vertrag natürlich ein könig richtig ab in der letzten hand und uns nicht verpassen wie der flash kommt an gucken ob das jetzt die lisa einprepst oder ob sie dann noch mal anspielt wenn ja wie viel wenn ja was denkt sie von welcher hand sie noch mal value kriegt und das sieht aus als würde sie tatsächlich überlegen noch mal eine nach value zu nach value zu graben egal auf value zu gehen 22 und call also quasi das all in für den kuni verliert in der letzten hand noch mal seinen gesamten stack und damit haben wir in der letzten hand den größten pot des abends also was ist da gerade passiert teckenwitz ist der meinung das war stark gespielt schockiert aber auch irgendwie glücklich zugleich dass wir noch mal teil werden durften auf jeden fall nice hand ja ich glaube ich bin und kuni einfach so und dieser so ein abartiger abschluss dieser stapelt immer noch ihre chips ganz stark und wir haben noch mal letzte hand glückspär der tisch nimmt es einfach kommentarlos hin das ganze so ok glückspär als abschluss ich sehe die tendenz schon an der sich nicht mehr viel ändern können wir haben interessanterweise jetzt schon ein paar gute hände hier also wir haben suited us für fischi suited us für baumeister zwei jungen für fliege kreuz schauen wir uns das mal hier live an was ich jetzt noch abspielt und keiner hat eine sechs hitman hat jetzt ein gutshot mit der vier würde die gutshot machen die sieben bringt auch nichts die sieben zum split die sieben zum split die sechs zum split oder? ne sechs nicht, mehr sieben auch nicht die Fize wird gewinnen also Fize immer noch vorne ja Karo ist jetzt im Play für Holger Verfolger und ahhh Full House Full House ganz klare Sache ja das ist ja logisch der Meister mit die letzte Hand das Glückspär ja Duselkußen wie immer in der Nachspielzeit kommt er dann nochmal von hinten und ja das kennt man ja nicht anders ganz ganz stark nochmal äh Duselkußen so spielt man Poker so spielt man Poker so spielt man Fußball so spielt man Poker einfach einfach gut tja und damit sind wir für den heutigen Stream dann auch äh durch ich bin gefühlt auch durch ich weiß nicht genau wieso klar es ist äh Dienstagabend heute war ein langer Arbeitstag die Feuerwehr kommt auch schon der Holger kommt auch schon so so der Tüter da war kurz da äh Hi Holger Servus Hallo Kevin ich bin gerade am Fade-Out sozusagen achso ja äh am Care-Aus oder was ja jetzt ja jetzt hat man mich hallo check 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 hallo äh hallo sieht gut aus ja zumindest reagiert reagieren beide Mikrofone wenn du sprichst ja äh abgefahren rund oder war ein bisschen anders als letzte Woche ja äh letzte Woche hat sich ähm irgendwie darf damit ausgezeichnet dass halt eigentlich jede Hand komplett Quatsch-Banane war äh und äh heute man doch Andeutungen von Poker gesehen hat also von echt von echtem Poker und ich fand jetzt auch dass du da schon gegen Mitte des Streams aufgeblüht bist und dann doch auch mal aufgewacht bist ja während andere Spieler dann eingeschlafen sind zu der Zeit alles drin sagt der Carlos okay dann können wir gleich zu den Sätzen übergehen müssen gar nicht so viel rumlabern und Zeit über aber äh du dachst ja ja die Zeit haben wir ja noch oder also du wirst ja das dann irgendwie entweder rausschneiden oder drin lassen das lasse ich dann schon drin wenn ich hier äh 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 selber am Tisch zu sitzen äh und äh mit Pech zu sein die Entscheidung treffen zu müssen und nicht kommentieren zu müssen äh aufgewacht ja ich hab noch ein Nickerchen gemacht zwischendurch Menges äh ich muss mal ganz kurz mich erholen von dem äh Tag äh äh waren ein paar auch schwierige Entscheidungen dabei also ich hab auch schon so ein paar Fehler direkt analysiert die ich falsch gemacht hab so ein paar Hände wo ich nicht zufrieden war falsche Fehler ja mit Aces am River nicht mehr zu raisen ähm da hab ich vorher schon die Entscheidung getroffen das war falsch wenn ich noch kurz innehalten müssen äh bei Lisa war ich mir eigentlich sicher dass sie nochmal setzt am River deswegen hab ich da äh äh nur gecheckt das war auch ein falscher Fehler ähm ähm und ähm Roland hätte ich am Flop äh pushen müssen war jetzt so nach der Hand mein Gefühl ähm ähm wo er mich auf neuen Race das war so mein Gefühl das war so mein Fazit ohne es jetzt gesehen zu haben äh ganz kurz der Abriss äh äh ähm war es okay eigentlich also ich hatte einfache Entscheidungen dazu die Karten waren einfach für mich keine Ahnung war mein Gefühl also wenn ich so das vergleich auch jetzt deine ähm Spots in denen du warst gegenüber meinen Spots die ich so hatte jetzt die letzte Zeit wo sie einfach sagen tatsächlich waren deine Spots insgesamt doch sehr einfach spielbar ähm ähm sei dir gegönnt ähm sei auch anderen gegönnt die äh teilweise sehr leichte Spots hatten heute ähm andere hatten dafür sehr schwere Spots ähm ähm oder zwischendurch mal schwere Spots ähm ähm war ein sehr sehr für mich sehr sehr interessanter Pukerabend ähm ich glaub auch alle die jetzt so im Stream drin waren fanden es dann interessant ähm ja aber ich glaub wir schreiten dann einfach mal zur Tat ähm ähm ja so einfach jetzt mal O-Ton gelesen ah jetzt muss ich hier noch auf Game umschalten ja ich muss grad eigentlich mal auf Game genau so genau und Stats haben wir auch drin alles ist drin alles ist äh verbucht und eingegeben ich glaub heute gab's gar nicht so viel zum Korrigieren und so weil es gab's nur einmal 7.2 glaube ich und ansonsten gab's ähm ähm irgendwie auch äh äh keine Vertipper also nochmal an der Stelle nochmal hab's zwar vorhin schon gesagt extrem gute über überragende Leistung vom Dealer 3 Stunden 40 äh durchgedealtet und äh absolut kein Fehler gemacht bei der Eingabe hat das eine Maschine mittlerweile ja? ja kann man glaub ich nicht mehr übertreffen Übung macht den Meister kannst du immer sagen ja aber oder Vizemeister mhm ja sehr gut aber äh wir haben die Stats vor uns wir haben das Tableau vor uns äh überragend und die letzte Hand hat nochmal alles komplett also nicht ganz alles aber vieles auf den Kopf gestellt nachdem Pocahontas mehr oder weniger die ganze Zeit über nur kleine Hüpfer gemacht hat hat sie da am Schluss äh hat sie eigentlich nur ausgeholt hat sie nur ausgeholt um am Schluss äh nochmal die äh die Hinterbeine richtig äh rein zu drücken und einen großen Sprung nach oben zu machen auf Platz 1 ja also unsere Weltranglisten erste der Season 1 hat auch heute die Weltrangliste erobert und abgeliefert hat zwar lange gedauert aber am Ende alles rausgeholt in der letzten Hand ja genau ähm ja also mich hat's sprachlos hinterlassen die Hand ähm kuriosum eines von vielen kuriosum ähm ähm Platz 2 überraschend hat's Baumeister noch geschafft äh den Vize zu überholen der hat aber auch echt keine Hände mehr gekriegt zum Schluss bis auf das Glücksbär ähm wo er dann in der Overtime ähm viel zu typisch dann auch nochmal äh eine Hand gewinnt kam da eigentlich nicht mehr viel rum ähm so ab der Hälfte vom Stream ähm nachdem er am Anfang sehr sehr stark angefangen hat ähm hab schon gedacht das wird so eine Pharao Session aber das äh wurde es dann doch nicht ganz ähm stark angefangen und dann ganz stark nachgelassen war so mein Eindruck ja so war's ja ähm äh 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 stark oh mit dem Wind wahrscheinlich ja du hast ähm ähm du ah wo oh ja oh oh du hast schwach angefangen äh bis auf die Kings ja die du mal dann so gespielt hast dass du eigentlich dann immer so viel ja ja aber man kann man kann man ja auch sagen dass die Schimmflügel schuld waren wenn man das schimmen kann ne und die Badehose ähm ähm aber okay ich meine es ist ja erfolgreich wenn man sich dann auch ein bisschen zurückhält das sieht man jetzt bei dir ähm ähm hast du ja dann noch die Kurve gekriegt bis bei den vier Spielern die im Fluss sind ja man kann äh äh getrost von der Zweiklassengesellschaft heute sprechen ja definitiv ja ja ganz klar gäbe es das Kastensystem denn nicht hätten wir es heute erfunden ähm ja außerdem äh außerdem äh eben ein gutes Pferd spielt nur so hoch wie ich springen muss oder Kevin von daher das hat ja gereicht bei dir heute ja aber wie gesagt äh so ab der Hälfte wird während ich jetzt die Scherben höre im Hintergrund ja machen wir mal einen Tablesound aus das ist jetzt irgendwie hier ne machen wir aus ja gut ähm ähm Moment aber wir machen Musik an dafür ja habe ich ganz vergessen ja was ah und play noch drücken wäre noch gut ja minus minus 25 minus 30 was so ist gut gut äh ja Fischi hat wenig Hände bekommen der konnte jetzt nicht zu viel mehr machen aus dem hat es lange versucht war lange um den Nullpunkt ähm hat es aber dann ja am Ende ein bisschen abschenken müssen leicht zwei Stacks im Minus ist nix bei der Anzahl von Händen wie cool ist drei Stacks im Minus am Ende der hat äh nachdem er sehr sehr stark angefangen hat beimpft und ein bisschen mithalten konnte äh dann immer mehr abgegeben ja war leider dann nicht so viel Erfolg gegrünt ähm Hitman die war auch nicht mitkommen ja auch keine Hände gekriegt eigentlich gar keine Hände gekriegt die Hände die er gekriegt hat am Schluss einfach etwas zu viel gewollt ja und äh beim Koni die Rolltreppe hat auf äh aufs zweite Hundertgeschoss geführt und am Ende äh war die Rolltreppe dann kaputt da gab's dann eigentlich kein Halten mehr der kann froh sein dass die Session vorbei ist ich glaub äh befreit dann auch äh einfach mal abzugeben man kann auch sagen man hat's nicht anders gewollt ja war in Geberlaune ja zwischenzeitlich hat er sich ein bisschen damit äh äh gerettet indem er einfach hier ein Nickerchen gemacht hat ja Skandal an der Stelle einfach nur Skandal ähm ja ja die V-Pips haben sich immer mehr homogenisiert ich hab's ja die ganze Zeit gesagt ähm nachdem am Anfang doch eine große Diskrepanz da war hat's eigentlich dann nur noch der Birkulis geschafft sich äh etwas abzusetzen von der Menge mit 68% V-Pip und äh der Rest ist nicht erwähnenswert gutes Prefab-Game hab ich nur von dir gesehen ja ich von mir auch ja also ich hab's ja selber gesehen ja und auch entschieden von daher ja ja nicht nur du bist zufrieden mit meinem Spiel sondern ich selber auch ja gut Winrate da hast du dich dann noch hochgearbeitet da warst du mal ganz ganz weit hinten ähm jetzt ist der Fischi ganz ganz weit hinten und der Birkulis ganz ganz weit oben äh Baumeister auch ganz weit oben ja da hast du ja keine Hände gewonnen wenn man keine Hände gewinnt hat man auch einen schlechten Pief also Winrate ja cool okay ähm gutes Trashen ja ja würde ich sagen also mein Fazit äh guter Pokerabend ähm spannend am Tisch zu sitzen während das Ding läuft da hat der jetzt auch an ihn voller Länge und äh ansonsten äh ich hoffe es war auch okay oder gut für dich zu kommentieren ich bin gespannt auf das Teamplay ähm ich bin gespannt auf das Teamplay ich bin gespannt auf das Teamplay ähm oder zwei drei Hände werde ich auch mal kurz reinpicken ähm und äh dann bin ich gespannt ja ich hab dir eine Aufgabe gestellt im Stream dann erfahre ich auch wann du die gestellt hast sonst muss ich ja die ganzen vier Stunden einzeln durchgucken ähm nö okay alles dann hab ich morgen was zu tun guck ich an ähm wer das Replay äh schneiden und ähm dann auch deine Stimme durch meinen Kommentar das ist besser so ja ja cool äh vielen Dank fürs kommentieren Kevin ja danke dass ich kommentieren durfte genau und äh ja willst du noch was sagen? ne vielleicht möchte der Koni noch ein Schlusswort Schlussplädelier ne ja heute wird alles gesagt also ich hab viel viel gesprochen ja was haben wir denn hier alles eigentlich noch im Chat stehen äh ging es ja ein bisschen ab während wir hier geschwätzt haben äh da muss halt der FCK her damit Leverkus mal verliert höhö ja schauen wir mal bald ist das soweit äh top top danke dir euch danke auch fürs äh vier Stunden zugucken äh Jens äh Bra Maroon das ist echt äh hartes Grinding ja ähm die Kanalpunkte sind übrigens äh nicht dasselbe äquivalent in Geld falls du das denkst ähm Hallo Holger Crazy Session soll ich dir für Menges ausrichten? oh ja hm auf er hat auch gemerkt dass du irgendwann aufgewacht bist äh welch Wortwahl wird immer besser kommt dann mhm ein Fall für die Haftpflichtversicherung kann man sogar das Video einsenden ja ja ok und jetzt Pogo in den Mai tschaußen Jungs war nice ja tschaußen Menges machs gut danke fürs zugucken auch äh komplett zugeguckt von Anfang bis zum Schluss äh am Anfang viel äh mit mir geguckt dass die äh dass die äh Stimmen ähm das richtige Level haben und alles und der Tisch und so das hat äh sehr sehr gut vielen vielen Dank äh hat sehr sehr viel rein supportet und zwar immer das vielleicht noch am Schluss immer dann wenn du am River ne Hand gewonnen hattest hat der Menges 100 Bits gespendet ja mal los sehr gut Menges und irgendwann am Ende wurde es auch relativ viel da war er dann irgendwann mal so ey was ist denn jetzt los ja mal los sehr gut ja ja also vielen vielen Dank äh für für das ganze äh supporting heute Menges und dann sag ich nur noch tschüss 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 tschüss